Formel 2 an Bahrain Solides Formel-2-Debüt für Mick Schumacher, der Prämer-Pilot verliert die erste Pole-Position im Sprintrennen von Bahrain zwar schnell, mit seinem ersten Rennwochenende kann er jedoch zufrieden sein. Mick Schumacher zog das weiß-rote Prämer-Auto mit der Startnummer 9 nach rechts. Im Rückspiegel eilte die Konkurrenz heran, Schumacher parierte die Attacken, auf der Gerade nach dem Start und in den Kurven danach, doch irgendwann war sein Widerstand gebrochen. Zwei Runden lang hatte der Sohn von Formel-1-Rekord-Weltmeister Michael Schumacher am Sonntag das Sprintrennen der Formel-2 in Bahrain angeführt. Die erste Pole-Position seiner jungen Laufbahn im Unterbau der Königsklasse war letztlich schnell verloren, am Ende wurde er Sechster. Und doch konnte der 20-Jährige mit seinen ersten Auftritten zufrieden sein. Acht Punkte sammelte Schumacher bei seinem gelungenen Debüt-Wochenende in der Formel-2 seine Leistung im Cockpit, solide und zufriedenstellend. Schumacher, der nach dem Aufstieg aus der Formel-3 zunächst so viel wie möglich lernen will, machte keine großen Fehler. Bei der Fahrerparade vor dem Start wirkte Schumacher gelöst, er winkte wiederholt ins Publikum und reckte den rechten Daumen in die Kamera. Wir werden sehen, wie das Rennen verläuft. Hinter mir stehen sehr erfahrene Fahrer, sagte Schumacher. Das sollte sich bewahrheiten. Schumacher verteidigte nach dem Umschalten der Ampeln den ersten Startplatz zunächst erfolgreich, hatte den Angriffen der klar stärkeren Sergio Sette Kemmara und Luca Giotto in der dritten Runde aber nichts entgegenzusetzen. Kurz darauf zogen auch Nicolás Latifi und Nüktevris, Niederlande schrägstrich Art, vorbei. Schumacher schonte in der Anfangsphase aber offenbar seine Reifen. Es blieb nicht die letzte Überholung für Schumacher. Der Vorjahressieger der Formel-3-Europameisterschaft verzichtete anders als einige Konkurrenten auf einen Boxenstopp und hatte in der Schlussphase mit den abbauenden Pneus zu kämpfen. In der letzten Runde währte Schumacher die Angriffe des nach dem Reifenwechsel zurückgefallenen Devris erfolgreich ab. Beim Sieg des Italieners Giotto, Univirtuosi, komplettierte das Demsgespann Kemmara, Brasilien, und Latifi, Kanada, das Podium. Schumachers indonesischer Teamkollege Sean Gelel wurde 10. und platzierte sich wie schon am Samstag hinter dem Deutschen. Den ersten Startplatz hatte sich Schumacher am Samstag verdient. Im ersten Rennen hatte er sich von Startplatz 10 auf den 8. Rang verbessert und dadurch die Pole für den 2. Lauf des Wochenendes erobert. Laut Reglement starten die ersten 8 des Samstagsrennens in umgekehrter Reihenfolge in das kürzere Sprintrennen. Schumachers Bahrain-Abenteuer war mit dem Formel-2-Auftakt noch nicht beendet. Am Dienstag wartet die nächste und größere Herausforderung, die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Schumacher wird bei den Testfahrten der Formel 1 für Ferrari ans Steuer gehen, dem Rennstall, mit dem Vater Michael 5 Fahrertitel gewann, eine erprägte und zur Legende wurde. Ich bin natürlich mehr als begeistert, und ich möchte mich bei Ferrari für diese Möglichkeit bedanken, sagte Schumacher, ich bin sicher, dies wird eine großartige Erfahrung werden. So wie sein Debüt in der Formel 2. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Und dann kann ich mir heute wiederholen. Und dann können Sie, wie Sie hier.